Wozu noch etwas lesen über Hans-Georg Maaßen? Weil der verirrte Verfassungsschutzpräsident nicht der Einzelfall ist? Als der derzeit dargestellt wird wer sich auf diesen Überflieger im selbstverschuldeten Sinkflug einlässt Begreift, wie das Wutbürgertum allmählich in Deutschlands bessere Kreise vordringt Maaßen offenbart einen Konservatismus der schlechten Laune, genau in dem Moment, da die Republik mit Neugier auf einen aufreizend unbekümmerten Konservativen schaut, Friedrich Merz ist geradezu der Antimaßen Dabei musste Friedrich Merz vor 15 Jahren ähnliche Kränkungen hinnehmen, doch hat er sie anders bewältigt Nachdem Merkel und Stoiber in den Fraktionsvorsitz entwunden hatten, kaute er seinen Groll langsam klein Machte Karriere außerhalb der Politik, und kalkulierte geduldig die Stunde seines Rückspiels Manchmal ist Konservatismus auch eine Frage des Stils.Nahezu gleichzeitig legen hier zwei Gegensätzliche Typen von Konservativen ihren Abtritt bzw. Auftritt hin An ihrem Verhalten lässt sich ein grundsätzlicher Gegensatz ablesen Der zwischen fragwürdigen und ehrenwerten Konservativen Diese Unterscheidung markiert bisher auch die rote Linie zwischen Union und AfD Was CDU-Mitgliedmaßen beteuert, er wolle sie nicht überschreiten Hochambitioniert und tiefgekränkt, das erinnert an Sarrazin und Gauland Maaßen Selbstradikalisierung offenbart einen hochambitionierten und tiefgekränkten Im Schwanken zwischen maskulinen Trotz und populistischer Versuchung Darin ist er dem immer noch Sozialdemokraten Thilo Sarrazin und dem nicht mehr Christdemokraten Alexander Gauland durchaus ähnlich Die Folgen sind in solchen Fällen stets unerfreulich Von Maaßens Bild-Interview über die Chemnitzer Sondern eben auch um ein politisches, verflüchtet sich ein Top-Jurist plötzlich in Verschwörungsglauben Linksradikale Kräfte in der SPD trachteten ihn angeblich nach dem Job Linksradikale Kräfte in der SPD trachteten ihn angeblich nach dem Job Und am Ende wird er das Opferüberschießer in der Gewissheit der Eigenen Überlegenheit Rechtskrawalle bis zu seiner Lebewohlrede vor anderen Geheimdienstchefs Kehren drei Muster wieder, da malt sich einer die Welt zu einfach, denn bei der Eskalation von Chemnitz ging es nicht allein um ein polizeiliches Urteil Mutmaßlich versteht der Mann sich gerade auf diesen Abwägen als ein aufrechter Konservativer Dabei sind es nicht seine Positionen allein, die ihn diskreditieren Es sind ebenso sehr Haltung und Habitus, es war dem Staatsdiener Maaßen einfach zu wider Zu dienen, das macht ausgerechnet den Grenzschützer Maaßen zu Einem Grenzverletzer der Verfassung, und unterscheidet ihn von Merz Bei aller Demütigung von Merkels Hand hat dieser nie die Ordnung der demokratischen Institutionen in Zweifel gezogen während der CDU-Mann Maaßen nun seine politische Ambition wie eine Drohung vor sich herträgt, punktet Merz nach Jahren des inneren Exils mit einem unverdrucksten klaren Tankenfluss Selbst das kontroverse Wort von der Leibkultur Dass er einst prägte, qualifiziert ihn eher für den CDU-Vorsitz Als dass es ihn diskreditieren sollte, wer, wenn nicht eine Partei rechts von SPD und Grünen Sollte von Leibkultur reden dürfen, solange sie nicht in Richtung AfD und Ausländerhass schmutzelt Das aber hat Merz bisher nie getan, anders als Maaßen mit seinen Chemnitzscharaden Nun gibt es viele gute Gründe, die verdeckte Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz kritisch zu durchleuchten, wem dienten seine Millionengeschäfte? Der freien Entfaltung der Marktkräfte oder der Gemeinwohl schädigen den Bereicherung Einzelner Und sind seine plötzlich deklarierten guten Absichten für Frauen Jugend und Umwelt wirklich mehr als Greenwashing? Doch wer jetzt bereits Friedrich Merz verteufelt, verkennt die Verarmung des Demokratischen Spektrums unter der agide Merkel Man kann Merkels Kurs von Atomausstieg bis zur spülen E-Buteißen Und sich trotzdem für die CDU nach Merkel mehr Differenz zu gut, grün und gelb wünschen Wer für eine größere Unterscheidbarkeit der ehrbaren Parteien untereinander eintritt Der sollte nicht von links als rechts von Dörfer unblimpft werden Und dann zum Beispiel Mäste Ja, der f Hang de K stammer stuffed! Beispiele ist mein Vertrag überfallen Und das sindshaped,, ganz proble phải für E-Buteißen Und dieравствуйте-Welt Beispiele ist mein Vertrag der Hand für das Vielen Dank. 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 Vielen Dank.